Grüß ein Kinderversicherungsagentur Schöpf GmbH. Ich bin der Arno, Gründer und Eigentümer und seit über 25 Jahren der Versicherungsbranche tätig. Servus, grüß ein, ich bin der Gottlieb. Seit 2005 arbeite ich in der Versicherungsagentur Schöpf GmbH. Ich bin jederzeit für euch da, egal ob für private Fragen oder für firmentechnische Fragen. Also, solltet ihr etwas brauchen, einfach kurz melden. Ciao. Hallo und grüß ein, ich bin die Larissa und bin schon seit fast drei Jahren bei der Versicherungsagentur Schöpf tätig. Ich freue mich auf euch einen Besuch und bin gern für euch da. Über einen Besuch in unserer Agentur daten wir uns herzlich rein.